und damit herzlich willkommen wieder zurück zu over cooked suchen ich habe einen topf gefunden ich habe teller gefunden da unten sind tomaten ich habe tomaten gefunden ach so im jahren tomaten aber da 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 hier steigbrett ach ja willkommen zurück wir sind hier schon mega drin in unserem kopf ich sehe nix daum ist noch ein schneid wird habe ich sehen da geradeaus ich habe dich kurz mitgenommen gibt es einen rauch nach namens wieder aber guckt ein sehr hier was mich das machen eigentlich sind diese blitze ehrlich wer ist hier ich achte auf den großen bis vor sind die zwiebeln feuerlöscher ist genau neben dran gut zu wissen und rechts jetzt haben wir es bei der spüle und hier oben der spiel ist auch wieder einer abwaschen zwiebeln hier wieder rein machen vor voll akkord hier eigentlich geht es gut soll ich das vielleicht nicht sagen sowieso fehlt noch ein teller konzentriert sich irgendwie viel mehr wenn man den rest nicht sieht meine tasse tun haben auch immer so ich wollte es aber nicht das war nicht von bürger wahrscheinlich was macht die map oh ich habe angst das sind statuen ich wollte schon so ach einschneiden 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 jetzt ist nicht egal ob es ist zwischen fertig einschneiden das ganze blieben ja ja alle klima schon auf dem hier auf sie jetzt wird ja okay jetzt sieht alles gut ja wo ist das schneide ding da unten da oben da ich glaube ich das ja ich werde nur noch das Brötchen brauchen wir Brötchen Ach da, Mist. Ja. Oh, das ist noch knapp. Nein, Mist. Wow, gratis. Nein. Und wer? Ich weiß es nicht, ich glaube ja. Fleisch. Fleisch. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Okay, nur mit Fleisch, okay, das ist gut. Pack einfach die Teller hier drauf. Meila, die Tellerbräu. So. Okay, jetzt haben wir wieder alle. Nein. Nein. Salat. Da. Fleisch. Da. Da. Gute Schraube. Doch. Okay, sehe ich schon gleich. Die kriegen wir noch. Einen kriegen wir noch. Fleisch. Hier. Jetzt sind wir wieder bei der oben. Okay, wenigstens eins noch. Ja. 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 Komm, eine. Noch eins weggemacht. Bei der Drodung des Gummibaldes. Boop, boop. Fliesbänder. Und so anderes Zeug. Sieht gesund aus. Wenn du für ein, für zwei Sterne 80 kriegst, dann würden wir, glaube ich, nicht sehr viele machen können. Ah, ich bin hier. Pizza und Burger. Was? Nein. Was? Was? Es weiß keine Gerichte. Was hat die Folge? Ja, gewinle Befeisch. Nein. The fuck. Ja, fe-f-f-f... Mein Fleisch. Ja. Wo ist mein... Kannst du mir den Teig geben? Tomate, hast du Würstchen? Kann ich die noch machen? Käse brauche ich. Ja. Äh... Würstchen noch. Würstchen würde ich grad machen da. Oh. Jetzt kann ich sie nicht geben. Ist ja voll mies. Soll ich sie geben? Keine Bock mehr können. Du musst hier die Zutaten vom Klackermachen. Ja genau, jetzt musst du die Sachen mir geben. Auch mitzumachen. Okay. Oh, mit abspülen auch noch. Das hätten wir rausnehmen können. Okay, das ist okay. Ja, liegt hier schon. Ist ja... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ähm... Teig, bitte. Gels und Pilz. Nein. Nein. Du musst es abgeben. Du musst es abgeben. Du musst es abgeben. Brauch Teller. Brauch Teller. Ist der Teller drauf? Okay. Okay. Ah, Tomate hier habe ich sogar. Okay. Ne, ne, Teller. Pack ich da unten. Ich hab' das gleiche mit meinem Fleischbrötchen und quasi alles. Ah. Ah. Ich brauch' Teig. Das ist kein Teig. Teig und... Käse. Nochmal Teig und Tomate und Käse. Oh nein. Pam, du kennst schon den UFO-Tuch? Oh, lol. Okay. Das ist ein Falllöscher. Das ist ein Falllöscher. Okay, das ist ein Falllöscher. Okay, das ist ein Falllöscher. Okay, das ist ein Falllöscher. Ähm, gib mir lieber in... Ne Ahnung. Hallo. Hallo. Ist alles okay. Fuck. Äh, nein. Ich kann es jetzt nicht rausholen. Ach nicht? Nein, das ist ein Brötchen auf dem Teller. Oh. Nein. Brauch Teller. Ich hab' keinen Teller. Nein. Ich geb' meinen Feuerlöscher. Au, den hast nur du... Oh, Mist. Nein. Aaaaah. Nein, das ist nicht spannend. Okay. Leben halte ich mal. Ich brauch' alles. Okay, soll ich nichts mehr geben. Es ist zu spät. Nein. Nein. Du kannst die drei Sachen hoffentlich noch abgeben. Schau mal hier runter. Oh fuck. Oh, das ist falsch. Ja. Irgendwas hab' ich falsch abgegeben. Oh. Oh, das war gut, das war gut. Das war sehr gut. Das war nicht so gut. Ja. Was? Okay. Was? Was? Weil es waren nämlich hier 60 für 1 Stern, 80 für 2 und das andere war sie nicht mehr. Okay. Guck mal. Oh, guck mal. Schwiebelkammer 4. Das ist immer die gleiche Kammer, nur mit mehr Zeug. Diesmal mit Ei. Und Rezepten. Und... Mein Pinguin. Oh, süß. Mein Pinguin. Und Kevin schläft wieder. Kevin, was kannst du eigentlich? Mein Pinguin. Oh no. Mein Pinguin. Au, 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 au. Hilfe. 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 Ich komm' nicht mehr raus. Ich komm' nicht mehr raus. Ich komm' nicht mehr raus. Pinguin, was kannst du? Ich fress' dich. Hilf' mir. Hey, na. Komm, ich schüsse. Guck mal, passt das gut zusammen? Nein. Ja. Ja, ja, ja. Ich flüster' ich was ganz ganz liebeses. Und du siehst ihm diese komischen Flecken überall. Oh. Du redest über Prozente. Market-Anteil. Wo bin ich? Ja. Ich seh' ein kleines Schwänchen. Ich seh' ein kleines Schwänchen. Ich seh' ein kleines Schwänchen. Oh, gut. Na gut. Was hat die... Ah. Was hat die Pilze? Die... Was haben wir denn hier? Pinguin. Ihr habt euch vorbildlich geschlagen und es so weit geschafft. So weit geschafft. Wir schreiben das Jahr 2008. Das ist mal was für 2002. Das ist mal ein bisschen lang. Die Gerüchte waren wahr. Die Rückkehr der Bestie steht nun fest. Etwas ist jetzt im Gange, das nicht mehr aufgehalten werden kann. Doch. So oft wie du willst. Ihr müsst jenseits des Rands unserer Welt reisen. Und über den Rand? Kartenrand? Sterne erwarten euch, junge Köche. Eure Fähigkeiten werden nun wahrhaft auf die Probe gestellt. Viel Glück, meine Freunde. Sag das nicht jedes Mal. Gewöhn. Ja. Weiter? Gehen wir aber doch. Gehen wir aber doch. Ich trage jedes Mal den falschen Knopf. Jedes Mal. So sollen wir das jetzt schon anfangen oder eins der Level, wo wir die 3 ständigen haben? Ne, wir haben jetzt 4 ständig gemacht. 4 Level. Ne, warte, wir haben 3 Level. 3 Level. Ne, warte, wir haben 3 Level. Doch, wir haben 3 Level. Das andere haben wir schon davon. Das ist der Weltraum. Ja, das ist der Weltraum. Guck mal. Wie cool war, wenn die auch noch rumschubsen könnte? Wow. Sehr cool aus. Weltraum. Ist schon wieder schwer, wie sonst was sehe ich jetzt schon. Mit Wolken im Weltraum. Cool, dann haben wir es eigentlich. Es ist nur noch da oben. Hier unten haben wir alles, ne? Ja, unten war noch was. Ja, unten war noch was. Ah, hier ist noch was. 2 Level. 2 Level. Warum sind hier so 2 Level so alleine? Ähm, die Cut ist eh komisch irgendwie. Ne, das macht ja immer Sinn, das waren ja immer diese Region. Aber warum sind da... Und warum gibt es nur einmal Wüste? Andere Frage, warum ist das hier nicht Wüste? Naja, vor allem noch Fragen bei dem Spiel. Sehr viele Fragen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei dem Spiel, wo der Zwiebeln König ist, der Hund hat der Kevin Reis. Der Kevin Reis. Und das... Spaghetti-Monster. Spaghetti-Monster, das aussieht wie ein Gehirn angegriffen ist und es ist nur Salat. Und dann... Ja, genau. Und das nur Salat und du dann in die Zeit zurückreisen musst, um dann deine Kochfähigkeiten zu meistern, um dann in der Gegenwart wieder das Spaghetti-Monster mit Meersalaten zu besiegen. Und Zugtauben. Und Zugtauben. Und Zugtauben. Zugtauben. Und man kann über Wasser fahren. Genau. Und man ist halt so groß wie die Windräder. Genau. Und die Häuser auch. Und guck mal den Leuchtturm an. Und es gibt Gummibäume. Okay. Und Stonehenge so aus dem Nichts irgendwo steht. Mir fehlen die Osterinseln. Die Osterinseln fehlen irgendwo. Dann kommt noch die Bahamas. Dann noch der Vulkan. Er muss Essen bearbeiten. Okay. Lass mal lieber da. Lass mal lieber. Gut, dass wir nicht Amerikanische Essen machen müssen. Das wäre viel zu viel. Da musst du noch Fett reinmachen. Als Zutat. Was ich gerne mal machen würde wäre Kuchen in diesem Spiel. So einen Kuchen. Kuchen wäre cool. Vielleicht gibt es irgendwann mal so ein DLC, wo man so eine Konditorei hat oder sowas. Boah, das wäre schön. Das wäre interessant. Ja klar. Ein komplett neues DLC mit Donuts oder Kuchen. Ja, eine Konditorei. Das wäre cool. Boah, das wäre cool. Die tollwütige Schwarzwälder Kirschtorte, die so eingreift. Weiß ich nicht. Donauwelle am Anmarschen. Was ist der böse Donut? Boah. Das wäre cool. Der hätte schon ein richtiges Maul. Entwickler hört zu. Wir haben eine Idee. Okay. Das ist der Trend. Boah, schön. Nee, aber da erstmal für heute gut. Und was machst du denn? Ich fahre Slalom. Um Windräder, die gleich so groß sind wie du. Halb so groß. Okay, ja. Gut, dann solange sie weitermacht, sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr kommt nächstes Mal mit dem Weltraum. Und man sieht sich nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.